Hi, ich bin Laura und ich darf mich heute bei der Aktion 30 Tage 30 Gesichter der Kommune inklusiv VG Niederollen beteiligen. Ich habe mich für diesen kleinen Beitrag damit beschäftigt, was wir konkret tun können, um eben unserem Gegenüber mit Respekt zu begegnen und dafür habe ich einmal das Internet befragt, was ist denn das Gegenteil von Rassismus und diese Palette an Möglichkeiten möchte ich euch jetzt mal vorlesen, damit ihr eine Möglichkeit habt, einem Gegenüber respektvoll zu begegnen. Das folgende kann man tun. Du kannst offen sein und großzügig. Du kannst aufgeschlossen sein und demokratisch. Du kannst unvoreingenommen sein und rücksichtsvoll. Du kannst liberal sein und großmütig. Du kannst offenherzig sein und respektvoll. Ja, ich hoffe, dass für dich auch eine Eigenschaft dabei ist, die du dir raussuchen kannst und immer wenn du unterwegs bist, Menschen begegnest, dann ruf dir doch immer mal wieder vor Augen, wie treffe ich mein Gegenüber.